Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg Live. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben für Sie heute wieder die V-Plus-Charts mit den interessantesten und meistgelesenen Geschichten der Woche. Auch darf die Umfrage der Woche nicht fehlen, genauso wie der Ausblick auf das Wochenendwetter. Doch dazu später. In einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche. Zuerst geht es auf die Straße. Für uns Autofahrer ändert sich ja einiges in diesem Jahr. Gerade wenn es um die Geschwindigkeit geht, steigt die Justiz noch stärker auf die Bremse. Nicht nur in Bregenz gilt seit ein paar Wochen der 30er im Ortsgebiet. Am Funkenbüll versuchte man es ein Jahr lang, sogar mit Tempo 20. Aber hat es was gebracht? Und wenn man sich die neue Straßenverkehrsordnung ganz genau anschaut, könnten schon bald neue Mautgebühren auf uns zukommen. Dann nämlich, wenn neben der ASFINAG auch die Länder und sogar Gemeinden für die Fahrt durchs Ortsgebiet etwas verlangen dürfen. Entwicklungen, die alle Autolenker betreffen und die ich jetzt mit Jürgen Wagner vom ÖMTC Vorarlberg bespreche. Und Jürgen Wagner darf ich jetzt im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung, Herr Springer. Herr Wagner, aktuelles Thema. Es gibt zwei neue Radarboxen auf der A14. Erstmals seit Jahrzehnten oder überhaupt erstmals auf der A14 gibt es fest installierte Radarboxen. Hat Sie dieser Meinungsschwenk selbst überrascht, dass man da jetzt fest installierte Radarboxen hat? Das mag für Vorarlberg ein Meinungsschwenk sein. Aber grundsätzlich in Österreich gibt es diese fix installierten Radarboxen an neuralgischen Punkten zusätzlich zu mobilen Geräten. Fast fix ist ja auch die Installation in Götzes, wo Abstand und Geschwindigkeit gemessen wird. Aber hier ist der neuralgische Punkt mit dieser neuen Gestaltung der Autoplananschlussstelle Süd, West und Nord, dass man hier vor dem neuralgischen Punkt Nord den dickes Geschwindigkeitsniveau auf ein normales Maß senkt. Ich glaube, da wird es nicht allzu viel erwischen und die Raser mitunter einbremsen. Aber es geht hier um den neuralgischen Punkt, da haben wir zwischen West und Nord. Und ich glaube, eine durchaus übliche Praxis in Österreich, halt in Vorarlberg erstmals fix installiert. Weiß man eigentlich, ob so Installationen von Radarboxen zur Verkehrssicherheit beitragen? Ja, da gibt es schon Studien, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber generell, pauschal kann man sagen, es nützt was. Es sind nicht diese versteckten Radarfallen, die nützen in dem Moment ja nichts, weil die sind ja versteckt und nicht offensichtlich. Aber solche Installationen, die fix sind, die senken das Niveau schon. Und generell fahren Österreicher wie auch die Touristen alle normal, also die halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber hier setzt man ein Statement, dass es hier tatsächlich mit der Messung daran gedacht ist, dass auf jeden Fall dieses Geschwindigkeitsniveau kontrolliert wird. Und das trägt durchaus zur Sicherheit bei, wenn dieses vorgegebene Geschwindigkeitsniveau eingehalten wird. Aber kannst du nicht den Verkehrsfluss auch unterbrechen? Wir haben immer hinter vorgehaltener Hand von der Autobahnpolizei gehört, da ist man eigentlich froh, wenn der Verkehrsfluss auf der A14 läuft. Schon, aber ich glaube, dass auf einem Streckenabschnitt der A130 oder sollen es auch 100 sein, irgendwo anders. Aber wenn man bei 130, jetzt bei Dornben-West, bremst man das Geschwindigkeitsniveau ja nicht ein. Wir wissen ja von der A14, dass das Niveau in etwa bei 100, 110 kmh liegt. Also hier bremst man nicht ein. Nein, generell natürlich bremst man vor Radarboxen, aber ich glaube, da muss ja kaum jemand Angst haben, weil das Niveau auf der A14 wird nicht wesentlich weit über 130 sein. Ja, man wird den einen oder anderen Raser erwischen, aber grundsätzlich glauben wir nicht, dass es hier den Verkehrsfluss einbremst. Viele Autofahrer befürchten bei der Installation von Radarboxen eigentlich, dass es nur um Abzocke geht und dass man sich im Prinzip das Geld holen will. Sehen Sie das ähnlich? Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt vielleicht die eine oder andere Stelle, wo man das befürchten kann. Ja, wenn es dann irgendwo versteckte Radarfallen sind, wo es am Sonntag in der Früh keinen Menschen interessiert, ob jemand sehen kann, man hat so schnell fährt oder nicht, das mag dann dort naheliegend sein. Aber ich kann das nicht bestätigen. Generell hat man bei der Vorgabe für die Geschwindigkeitsniveaus in den Gemeinden, diese STVO-Novelle, die da über uns schwebt, hat man ja auch festgelegt, dass das Geschwindigkeitsniveau Sicherheitsrelevanz haben muss und nicht der Auffüllung der Gemeindekassen dienen darf. Also hier hat man schon ein Auge ausseiten des Gesetzgebers, dass hier nicht wahllos einfach nur versucht wird, abzuzocken. Wie viel Sinn macht das eigentlich, wenn man das fix installiert? Jetzt wissen wir, jedes moderne Auto, das hat schon, da ist in Google und ich weiß nicht, wo überall hinterlegt, wo so fix installierte Radarboxen stehen. Also da werden vermutlich recht wenige reinfahren. Die Einheimischen werden es erkennen, wenn sie dann gerade unbedacht unterwegs sind. Und die Touristen werden die meisten auch gewarnt werden. Herr Springer, das ist ein völlig falscher Ansatz, den Sie haben. Das darf man ja nicht, aber Sie haben recht. Aber es ist doch ein Fingerzeig. Achtung, hier wird es gefährlich, kann es genauso sein. Das heißt, es kann auch eine Prophylaxe sein. Es geht hier tatsächlich nicht ums Abzocken, sondern hier haben wir dann, speziell wenn es feucht wird, zwischen Dornben-West und Dornben-Nord, gefährliche Stellen. Es kommt zu Staus. Also hier kann durchaus das auch prophylaktisch sein. Aber es geht hier, glaube ich, nicht ums Abzocken, sondern eher um das Statement. Geschwindigkeit. Regeln sollen eingehalten werden und sie werden dann eingehalten, wenn sie überprüft werden. Regeln sollen eingehalten werden, wenn es um die Geschwindigkeit geht. Das haben wir auch hier in Bregen, das hinter uns liegt. Da gab es eine Straße, einen Verbindungsweg. Da war Tempo 20. Es wurde als Projekt tituliert. War das aus Ihrer Sicht ein Projekt, das von vornherein zum Scheitern war, weil Tempo 20, das ist ja kaum möglich. Ja, also es ist unangenehm, über Dinge zu sprechen, wo der Senf schon aus der Tube ist, den bringen wir nicht mehr zurück in die Tube. Das ist passiert. Generell bei diesen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die unter 50 liegen, geht es darum, warum macht man so etwas. Es geht um die Anrainerbelange genauso wie für die Belange der Mobilität. Und hier muss man abwägen, hier muss man Mittelwege, Kompromisse eingehen. Ob 20 der Kompromiss war, kann man beurteilen, kann ich nicht beurteilen. Ich will darauf hinaus, dass für solche Temporeduktionen Verkehrsgutachten maßgeblich sind. Und Verkehrsgutachten berücksichtigen die Belange der Anrainer-Schaft. Kein Mensch unserer Zuseher möchte, dass vor seiner Haustür direkt am Gartenzaun der Verkehr vorbei rollt, wesentlich zu hohes Geschwindigkeitsniveau. Die Kinder, die Radfahrer, die Fußgänger, auch selbst als Autofahrer wäre man dann nicht sicher. Das will niemand, aber es will auch niemand willkürlich eingebremst werden, wo es nicht notwendig ist. Das heißt, das ist ein Spannungsfeld, wo sich ein Verkehrsgutachter Gedanken machen muss, das analysieren muss und dann letztendlich zu einer Temporeduktion kommt, die für alle verträglich ist. Also dieses Miteinander, das habe ich auch in der Diskussion erlebt, ich glaube, man lebt von diesem Miteinander. Ob dann die 20 das Allheilmittel waren, anscheinend nicht, oder ob es 30 oder 40 ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen aus dem Stand heraus. Aber jetzt bei 30 scheinen auch die Anrainer damit leben zu können, weil ob 30 oder 20 ist nicht das große Thema, es ist das große Thema 50 oder 20 oder 50 oder 30. Weil da ist dann, wer die Stelle kennt, sehr, sehr knapp. Aber diese Entscheidung ist gefallen. Sempf ist aus der Tube. Letztlich geht es um die Verkehrssicherheit dort und wir hoffen nicht, und das war ja auch der Stein des Anstoßes, dass Geschwindigkeitsmessungen gemacht wurden an dieser Stelle. Wir hoffen, dass alle damit leben können. Und es geht ja hier in erster Linie da auf diesen engen Stellen um die Anrainer und um die Sicherheit der Kinder und der Personen, die dort wohnen. Ganz klar. Jetzt wurde ja flächendeckend zum Beispiel in Bregenz 30 kmh eingeführt auf allen Gemeindestraßen. Wer jetzt aber durch Bregenz durchfährt, dem wird auffallen, dass es zum Beispiel nicht überall ausgeschildert ist. Und wenn ich mit Bregenz dann rede, dann kennt sich keiner mehr aus, wo er denn jetzt 30 fahren darf, wo er 50 fahren darf. Wie sinnvoll ist so eine Maßnahme? Und bringt das irgendjemand etwas? 30 ist das gut für die Umwelt? Ist das gut für den Verbrauch? Ja, also wenn ich die letzte Frage beantworten darf. Für die Umwelt, die Umwelteffekte sind marginal, wenn gar nicht, bis gar nicht vorhanden. 30 kmh selbst retten die Umwelt nicht. Es gibt da unterschiedliche Geschwindigkeiten bei verschiedenen Fahrzeugen, wo sie einen idealen Verbrauch haben. Der muss aber nicht bei 30 liegen, sondern, aber das ist, glaube ich, weniger das Thema. Hier geht es um Sicherheit, hier geht es um Verkehrsfluss. Und wenn Gemeinden jetzt auch die Möglichkeit haben, das Temponiveau von 50 herunterzusetzen, auf 30, in einen einfacheren Weg gehen können, dann ist das vielleicht Augenauswischerei. Das könnte verbuffen, diese Möglichkeit, weil es müssen Verkehrsgutachten gestellt werden, ob diese Reduktion dort möglich ist. Und wenn jetzt Bregenz generell mit dem Bausch und Bogen diese 30 einführt, dann geben wir zu Bedenken, dass Bregenz ja nicht nur aus Gemeindestraßen besteht. Und man kreuzt sich immer wieder mit Landesstraßen. Man ist als Autofahrerin oder Autofahrer ständig mit dem Problem konfrontiert, auf welcher Straße bin ich jetzt. Also da habe ich es mit den Bregenzern, mit denen Sie gesprochen haben, die kennen sich dann nicht aus. Ich glaube, hier müsste man etwas größer ansetzen. Wenn einzelne Gemeinden hier solche Niveaus vorgeben, dann ist das für die Autofahrer sehr, sehr mühsam. Ich erinnere mich an Situationen, wenn man Richtung Lust hinaufährt von Dorn, wenn man mit sechs, sieben verschiedenen Geschwindigkeiten konfrontiert ist. Also man hat ständig auch die Aufmerksamkeit, zur Geschwindigkeit zu haben. Und Regeln müssen einfach sein. Die Regeln leben, wie schon gesagt, vom Einhalten, aber sie können auch nur dann eingehalten werden, wenn sie einfach sind. Wir sollen die mobilen Menschen hier nicht vor Rätsel stellen. Und es kann nicht sein, dass wir ständig nachdenken müssen, auf welcher Straße bin ich unterwegs. Das weiß ich nicht. Es gab dann irgendwann einmal diese 40 kmh ausgenommenen Vorrangstraßen. Da hätte man dann noch die Beschilderung mit dem Vorrangschild gehabt. Hätte, wenn man es gesehen hätte, selber ist es mal passiert, dass ich das halt übersehen habe. Aber es ist so, aber es wäre zumindest beschildert. Aber wenn man vorgibt, 30 kmh außer Landesstraßen, dann weiß ich nicht, in welchem Fall ich auf einer Landes- oder Gemeindestrasse unterwegs bin. Also ist der Hintergrund dieser ganzen Aktion vielleicht einfach eine erzieherische Maßnahme, dass die Menschen einfach auf Öffis auswechseln? Das weiß ich nicht, was der Weggrund ist grundsätzlich. Ich hoffe auch nicht, dass man den mobilen Menschen die Mobilität schwer machen will, weil es wird ja immer wieder unterstellt, so nehme ich es zumindest wahr, dass die Straßen für Herr Mayer und Herr Möller und die Frau Hemmerle da sind. Das heißt, die besuchen sich da gegenseitig und fahren nur Auto, weil es ihnen Spaß macht. Das komplette Straßennetz dient nicht nur dem Privatvergnügen. Im Gegenteil, es ist vielmehr ein Teil der Wirtschaft, es ist ein Teil der Mobilität. Und das kann also nicht sein, dass hier der Autofahrer und die Autofahrerin da als Privatperson diejenigen sind, die hier für alles die Miete zahlen und Einschränkungen erleben müssen. Also es ist ein Organismus, ein sehr komplexes System, wo wir alle mitarbeiten müssen. Und wenn Anrainer hier in Gefahr sind, dann sind die 30 durchaus gerechtfertigt. Und wenn Wege umgeleitet werden, damit der Lkw-Verkehr nicht gewisse Straßen belastet, dann kann das auch sein. Aber es ist ein Miteinander. Es können nicht so ad hoc Entscheidungen einfach dazu führen, dass manche eingeschränkt werden in der Mobilität. Es ist ein Miteinander. Wir müssen auch hier in dem Fall wie im Straßenverkehr alle aufeinanderschauen. Und dann gibt es ordentliche Lösungen. Jetzt soll aber auch den Gemeinden, da kann man auch mal zurück zu den Radarboxen, dass sie das Tempolimit direkt selber überwachen. Sieht das aus Sicht des ÖMTC, ist das etwas Positives aus Ihrer Sicht, dass man das auf Gemeindeebene selbst regeln kann und installieren kann? Oder sehen Sie das kritisch? Das ist ambivalent sozusagen. Weil positiv sehen wir, jede Belastung, die die mobilen Menschen noch mehr belastet, lehnen wir ab, die Belastungsgrenze ist erreicht letztlich. Wir kommen dann vielleicht noch zu einem anderen Thema. Aber in diesem Fall, glaube ich, geht es, wie gesagt, es geht um das Miteinander. Und wenn die Gemeinden hier die Pflicht oder das Recht haben, Geschwindigkeiten zu messen, dann haben sie auch die Pflicht, das letztlich zu exekutieren. Und das belastet dann die Gemeinden sehr wohl. Es geht hier nicht nur um die Gemeindekassen, weil das ist ja festgeschrieben, es darf nur der Sicherheit dienen und nicht der Auffrischung der Gemeindekassen. Das heißt, sie haben auch mit der neuen Gesetzgebung die Pflicht, hier zu informieren. Sie müssen Erlasse informieren, sie müssen Anfragen beantworten. Also da kommt einiges an Aufwand auf die Gemeinden zu. Und das wird die eine oder andere Gemeinde unter Umständen abschrecken, weil sie ohne dies auch personell an den Grenzen sind. Also es ist nicht nur diese Freiheit, jetzt die Geschwindigkeit zu kontrollieren und da und dort einen 30er oder 40er zu verhängen, sondern sie haben diese Verordnungen auch zu veröffentlichen. Sie haben zu informieren, sie haben Auskunft zu geben, sie haben das zu exekutieren, sie müssen das vorschreiben. Das ist nicht immer nur der schöne Teil des Kassierens, sondern ist auch mit Aufwand verbunden. Jetzt, wenn wir bei der Gemeindekasse sind, jetzt sollten Gemeinden ja auch die Möglichkeit bekommen, ebenso wie das Land, dass man Gebühren für Straßen selbst einheben kann. Die ORF-Kolleginnen haben das als erstes berichtet. Wenn wir uns da überlegen, jede Gemeinde kommt jetzt mal her und sagt, wir heben jetzt eine Gebühr ein für diese Straße, weil möglicherweise haltet man den Transitverkehr dadurch weg. Macht sowas Sinn? Hier dürfen wir nicht von Sinn sprechen. Das ist eine, wo all die vielleicht auch politische Forderungen, diese Bemautung, also das firmiert mitunter auch unter dem Titel Witz des Tages, es ist für uns überhaupt nicht vorstellbar. Wir haben ein gewachsenes System, was die Mauten anbelangt. Wir haben das ganz hochrangige Straßennetz ist bemautet. Es gibt Bemautung von Privatstraßen, keine Frage, aber die Gemeinden würden hier einzelne Straßen bemauten. Das würde letztendlich sogar, und ich sage es ungern, aber es wäre dann sogar verfassungsrechtlich ein Problem, weil wir hier Einschränkungen die Menschen ungleich behandeln, die Mobilität dahingehend einschränken, dass mitunter und speziell in Gemeinden ja keine Ausweichmöglichkeiten bestehen und es dann, wenn überhaupt dann, wenn es Ausweichmöglichkeiten gibt, es zu Ausweichverkehr kommt. Also ich glaube, wir sehen das nicht. Wenn konkrete Beispiele notwendig sind, dann sollen die auf den Tisch, dann kann man dieses konkrete Beispiel oder diesen konkreten Vorschlag prüfen. Das liegt ja nicht an uns, aber dann könnten auch wir zu einem konkreten Beispiel vielleicht eine Meinung haben. Aber generell muss so etwas konkret geprüft werden. Einfach im Bausch und Bogenmaut einzuführen, mitunter noch in ganz Vorarlberg. Nein, auf keinen Fall. Also das ist, ohne die Auswirkungen in Richtung Tourismus oder aus Richtung Richtung Wirtschaft, über die nachzudenken. Wir glauben nicht daran und wir können es uns überhaupt nicht vorstellen. Wenn wir beim konkreten Beispiel sind, und jetzt muss ich ein anderes Thema herinnern, und zwar das Thema Rasern nochmals. Jetzt wissen wir, wir hatten in Vorarlberg unlängst den ersten Fall, wo ein Auto beschlagnahmt wurde im Monta von. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber jetzt hier geschaffen hat und auch wie wirksam ist so etwas in der Abschreckung aus Ihrer Sicht? Die Möglichkeiten sind geschaffen, die sind klar auf dem Tisch. Das heißt also bei 60, 70, also ich spreche von inner- und außer-orts, gibt es die Möglichkeit der vorübergehenden Beschlagnahme des Fahrzeugs. Ab 80, 90 inner- und außer-orts kommt es zur Beschlagnahme des Fahrzeugs. Kann es kommen? Es gibt da einige Prüfungen noch dazu. Es kommt darum, ob das Wiederholungstäter sind. Und wie die Prognose, nennt man das, für diese Lenkerin, für diesen Lenker ist, dann wird entschieden, ob es zum Eigentumsentzug kommt. Und da ist das große Problem, da sehen wir das große Problem. Die Maßnahme an sich ist abschreckend, aber meiner Meinung nach zu wenig abschreckend. Das Fahrzeug, das Eigentum zu verlieren, ja, ist das eine. Das Erwischtwerden beim Rasen ist das andere. Ich möchte aber hier an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen, wir reden jetzt nur von diesen absoluten Rasern, die gemeingefährlich unterwegs sind. Es geht hier in der Diskussion überhaupt nicht um jene, die auch gesetzeswidrig zu schnell fahren. Wenn ich in der 40er-Beschränkung 60 fahre, dann habe ich ordentlich was zu zahlen. Keine Frage, das macht aber niemand aus Gemeingefährdung oder dass er das irgendwie vorsätzlich tut wie die Autorennen. Also es geht hier tatsächlich nur um diese absoluten Raser, die neue Raser-Fordernung, das neue Raser-Gesetz. Es geht um die, die tatsächlich lebensgefährlich unterwegs sind. Und in diesem Fall ist der Eigentumsentzug wahrscheinlich zu wenig Strafe. Dazu kommt, dass man ja, man kann es so sehen, zweimal bestraft wird. Man hat die Strafe zu zahlen, man hat die Maßnahme Führerscheinentzug und hat dann noch einmal die Strafe Fahrzeugentzug oder eine zweite Maßnahme. Das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall, wenn das Fahrzeug entzogen wird, kann nur Eigentum entzogen werden, nicht der Besitz. Das klingt etwas kompliziert, aber wenn ich ein Fahrzeug lenke, dann bin ich in dem Moment der Besitzer, egal wem das Fahrzeug im Eigentum gehört. Das ist rechtlich so geregelt mit allem, was man tut und hat. Das heißt, ein Leasingfahrzeug habe ich im Besitz, aber ich stehe nicht im Eigentum. Ich habe das nicht im Eigentum. Das heißt, dieses Fahrzeug kann man mir gar nicht entziehen. Wenn ich das Fahrzeug aus welchen Gründen auch immer auf meine Gattin zulasse oder meine Kinder auf mich, dann hat das vielleicht irgendwelche steuerlichen oder versierungstechnischen Gründe. Aber egal wie das ist oder habe ich es finanziert, egal wie. Ich bin der Eigentümer, der Besitzer ist Sohn, Tochter, Gattin. Man kann denen das Fahrzeug nicht entziehen, weil man kann nur Eigentum entziehen. Und das ist in Österreich grundsätzlich problematisch, dass Eigentum von der Verwaltungsbehörde entzogen wird. Das war bisher noch nie so, aber gesetzlich wurde es so geregelt. Wir vermuten, dass der eine oder andere Fall vor Gericht landen wird. Und der Eigentumsnachweis ist nicht sehr einfach, speziell bei Fahrzeugen. Und wie gesagt, Fahrzeuge, die nicht im Eigentum stehen, die können, dort wird es nicht schlagend. Und ich weiß von der Exekutive in anderen Bundesländern, dass sie gewisse Fahrzeuge, Leasingfahrzeuge, gar nicht angreifen. Da kommt es zur Bestrafung. Wenn man diese gemeingefährlichen Menschen, die hier Autorennen fahren, auf unseren Straßen, wo sie absolut nicht hingehören, denen muss eine andere Strafe drohen. Es geht mir nicht noch einmal, nicht um die zu schnell Fahrer, die, da trifft es uns alle irgendwann einmal, dass wir einfach unbeachtet zu schnell fahren. Aber es geht um die Raser, die das bewusst tun. Weil ich glaube, durch eine Gemeinde mit 80 zu fahren, in einer 30er, 40er Beschränkung oder mit 100 oder 120 durch die Gemeinde zu fahren, das ist eine bewusste Tat. Das passiert niemandem. Ich kenne niemanden, dem das passiert. Und wenn, dann soll der keinen Führerschein haben. Aber grundsätzlich, das kann dir nicht passieren, Herr Sprecher. Das heißt, das ist eine bewusste Tat. Und da muss eine Strafe drohen, die wesentlich höher ist, als wie derzeit sind es bei der Geschwindigkeit 5.000 Euro Maximalstrafe. Erstens muss der Rahmen voll ausgeschöpft werden. Führerschein in Zug sechs Monate, kann man auch darüber diskutieren. Aber diese 5.000 Euro, die sind für manche einfach zu wenig. Und wir kennen ja alle das Beispiel Schweiz. Keiner von uns fährt in der Schweiz schneller, keinen Zentimeter schneller, wie ausgeschildert, weil wir alle wissen, das kostet enorm Geld. Und das heißt, hier geht es um diese Raser, die sollen wissen, dass hier dann tatsächlich ganz fest zugelangt wird. Hier geht es um Strafen, die am Eigentum, am Gehalt, am Einkommen angepasst werden. Und dann geht es dann relativ rasch hoch. Dann sind solche Strafen, die jenseits von 10.000 Euro sind, durchaus möglich. Das heißt, die Strafe muss sein. Aber wir wissen alle, die Strafen selbst sind es nicht alleine. Weil das hätten wir keine Eigentumsdelikte, keine anderen schweren Delikte. Wenn es die Strafe alleine wäre, die abschreckt. Es muss auch überwacht werden. Die Chance, erwischt zu werden, muss groß sein. Das wäre das Gesamtpaket letztlich, das halt so etwas verhindern kann. Völlig verhindern wird man es nie können. Unvernünftige Menschen wird es immer geben. Abschließend vielleicht noch, haben wir Raserprobleme oder haben wir ein größeres Drifterprobleme, wie auch unweit Ihres Büros gerade am Fall bekannt wurde? Ich glaube, das geht Hand in Hand. Hier geht es um Unvernunft letztlich. Also es geht um völlige Unvernunft, um falsche Einschätzung der Situation. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist tatsächlich... Eine Frage habe ich noch, eine allerletzte. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir gerade die Übergangszeit zum Frühling und viele haben noch die Winterreifen montiert. Kann man jetzt schon, soll man jetzt schon die Winterreifen mit gutem Gewissen wechseln oder gibt es da noch etwas zu beachten? Ja, die Autofahrerinnen und Autofahrer wissen, wo sie wohnen. Das heißt, hier gibt es doch ein paar, die sind im hinteren Mond da vorne in der Frati unterwegs. Manche sind vielleicht in Wald am Allberg noch ab und zu mit Schneefall konfrontiert. Die werden natürlich jetzt nicht wechseln. Im Rheintal, naja, da kann es jetzt dann vielleicht irgendwann doch noch einmal ein paar Flocken herunterschneien. Aber letztlich, die, die auf das Fahrzeug angewiesen sind, die tagtäglich fahren müssen, die werden halt jetzt noch vorsichtig sein. Das könnte ja noch passieren. Wir haben ja erst, noch nicht ganz Ende März, Ostern steht zwar vor der Tür, aber letztlich die, die nicht aufs Auto angewiesen sind, die sind, lass ich es halt stehen. Die werden jetzt beginnen, die Sommerreifen zu montieren. Es ist kein großer Unterschied derzeit. Auf versicherungstechnisch? Auf keinen Fall. Also da gibt es überhaupt kein Problem. Versicherungstechnisch überhaupt nicht. Es geht maximal um eine Verwaltungsstrafe, wenn jetzt ein paar Schneeflocken auf der Straße liegen. Man hätte Sommerreifen montiert, aber ich glaube, so unvernünftig wird dann niemand sein. Natürlich, versicherungstechnisch ist es maximal ein Thema für die Kaskoversicherung. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass man noch Winterreifen montiert hat. Und wir raten denen, die Winterreifen draufzulassen, die das Fahrzeug tagtäglich brauchen. Und diejenigen, die auch einmal einen Tag darauf verzichten können, die können jetzt schon beginnen, die Sommerreifen zu montieren. Jürgen Wagner, vielen Dank für Ihre Einordnungen und den Besuch hier bei Warburg Live, die Nachrichten der Woche. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das Gespräch mit Jürgen Wagner vom ÖMTC wurde aus Termingründen bereits am Mittwoch aufgezeichnet. Wir wechseln das Thema und zeigen Ihnen nun, was sich diese Woche so alles im Ländle getan hat. Vor drei Jahren überlebte Manuel Wucher aus Möckers einen schweren Forstunfall, bei dem er sein linkes Bein verlor. Seinen Beruf als Landwirt musste der 38-Jährige zwar aufgeben, fand aber einen neuen Job, der ihm Spaß macht. Im Gespräch mit dem VN meint Wucher, dass er sich heute, trotz des Verlusts, kaum eingeschränkt fühlt. Sein zweites Leben betrachtet er als Chance. Über seine veränderten Perspektiven über das Leben und warum er heute glücklicher ist als vor seinem Unfall, lesen Sie mit V+. Die Firma Blum baut weiter aus und das nicht im Ländle, sondern in Niederösterreich. Die Blum Group, ein Global Player aus Vorarlberg und der größte private Arbeitgeber der Region, hat ein neues Werk in St. Pölten eröffnet. Im Rahmen der Top 100 fragte VN-Chefredakteur Gerold Riedmann den Geschäftsführer Martin Blum, warum Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikleitner hier das Rennen gegen Markus Wallner gewonnen hat. Die Antwort im Video sehen Sie mit V+. Und die Top Story der Woche liefert Linda Peter-Lunger, die Inhaberin von Lindas Ice Cream. Die junge Unternehmerin steht vor bürokratischen Herausforderungen, die die Zukunft ihres erfolgreichen Start-ups allmählich dahinschmelzen lassen. Warum ihre Eiskugeln jetzt teurer werden und welche Kleinigkeiten die Noflerin verzweifeln lassen, lesen Sie auch hier mit V+. Im Bluten sorgt am vergangenen Wochenende ein Video für Entsetzen. Es zeigt einen Jugendlichen, der wiederholt auf einen älteren Mann einschlägt. Wenige Tage vorher zeigt ein anderes Video, wie Jugendliche in einer Rangweiler Mittelschule randalieren. Stellt sich halt so die Frage, ob die Jugend gewalttätiger wird. Und wenn ja, wie geht man damit um? Wir haben uns zum Thema auf der Straße umgehört. Werden Jugendliche immer gewaltbereiter? Dazu hören wir uns jetzt da im Rägerz um. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil medial mehr erfasst werden kann. Also, was sicher wirklich stärker geworden ist, ist die Art der Gewalt. Dass man zum Messer greift oder um Zigaretten zu erpressen, jemanden zusammenschlägt, das glaube ich schon. Aber die Frage als solche ist schwierig, gerade wenn man von Statistiken hinausgeht. Der allgemeine Tenor ist sicher gerade ein bisschen in eine andere Richtung, aber mehr Komfortbereitschaft ist nicht wirklich höher. Was für mich der Bild erschreckend ist, dass das in der Schule und so weiter das Mobbing und so weiter zunimmt. Und ich finde, das ist ein Thema, wo man sich sicher irgendwo um die Jungen ein bisschen kümmern muss und hellhörig sein muss, um das Ganze einfach frühzeitig zu erkennen und eventuell etwas dagegen zu tun. Leider ja. Also, ich habe zwei Söhne noch mit 25 und 20 und ich muss sagen, zum Glück sind sie nicht so, aber ich denke, Corona hat viel verschärft. Sehr viel. Auch die Konfliktbereitschaften, alles. Leider. Also, ich finde schon. Und mehr, also, dass sie auch weniger Respekt haben vor Erwachsenen. Also, das finde ich schon. Wann merken Sie das jetzt zum Beispiel selbst? Ja, ich bin selber schon mal von Jugendlichen blöd angerettet worden. Und muss ich sagen, also, das war schon, also, da habe ich mir schon gedacht, also, wow. Also, das wäre früher nicht gewesen. Teilweise schon, ja. Also, sicher nicht alle, aber man liest einfach mehr, was mir passiert und man hört mehr. Ich finde schon, dass sie, wobei ich das Gefühl habe, dass das Problem bei der Erziehung gelehrt ist, an der Ältere liegt, weil die Ältere haben einfach kein Zeit mehr für Kinder. Oder viele, nicht alle, aber wenn man Kinder mit drei schon in der Krippe abgibt, dann muss man sich nicht wundern, dass es denen halt nicht so gut geht nachher, oder? Dass die ja nicht so... Vielen Dank, Miriam Mayer. Und danke vor allem für Ihre Meinung. Wir von Vorarlberg Live sind nächsten Freitag wieder für Sie da. Wie gewohnt um 17 Uhr auf Ländle TV und Voller T. Jetzt folgt im Anschluss noch der Ausblick auf das Wetter. Der Frühling legt wohl eine kurze Pause ein. Danke fürs Dabeisein und einen guten Start ins Wochenende. Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag erreicht uns eine Kaltfront. In den Morgenstunden bleibt es noch trocken und bewölkt, danach ziehen die ersten Schauer auf. Am Nachmittag sind Gewitter nicht ganz auszuschließen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad. Am Sonntag ist es weiterhin wechselhaft und kühl. Dabei können vor allem in der Früh einige Schneeflocken bis 500 Meter herab oder sogar ins Rheintal fallen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad. Am Montag wird es wieder freundlicher und uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen bis zu 12 Grad.